In wenigen Minuten geht's los, hier in Saarbach-Interklemm zur 13. Mountain-E-Deck, dem Turnschirm-Marathon in Österreich. Heuer habe ich schon ca. 45.000 bis 50.000 Trainmeter. Ja, es sind jetzt ca. 70.000. Ungefähr 35.000. Wie viele Höhenmeter haben Sie schon trainieren können, Herr Klomser? Andere Frage? WOOOOO! ATAKE! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und ein riesen Applaus für Robert, Bremen und Anton! Hansi, war er gewonnen! Der Hansi war nämlich letztes Jahr. Wollte er schon 5.40 gehen. Und dann war Hansi. Wir gratulieren New Records! Wir hoffen auch, dass sie nächstes Jahr ihren Titel verteidigt dort zurückkommt. Dankeschön fürs Mitmachen! Herzliche Applausion an die Marathon-Dame! In den 2 Hours 33 Minutes! Der regierende Weltmeister Julio Assi! Hier! Fürs Bein in Saabach! Und du wirst! How was it for you? Fürs Bein in Saabach! Fürs Bein in Saabach! Fürs Bein in Saabach! Fürs Bein in Saabach! In Saabach!